Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers, hier der Oli für euch am Start und zwar mit einer neuen Stream Ankündigung für morgen Samstag um 20 Uhr. Da möchte ich wieder mit euch eine Runde Hearthstone zocken und zwar, ja, habe ich ein, zwei neue Decks für mich entdeckt, die ich eigentlich ganz witzig finde und gerne mal mit euch ein bisschen austesten möchte und einfach mal ein bisschen rumprobieren möchte, vielleicht auch mal ein paar Community Games, einfach mal so lockerer streamen, bisschen leddern, bisschen ausprobieren und wie gesagt startet morgen am Tag. Samstag um 20 Uhr. Ich hoffe natürlich wieder, dass ihr zahlreich erscheinen werdet und ja, ich freue mich auf euch. Hoffe, ihr seid wieder alle dabei und wir sehen uns morgen 20 Uhr twitch.tv slash die Aufregers. Seid dabei. Ciao, ciao.